Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schau! Das ist auch so eine typische Sportbahn-Liegersicht, das war nur Gauding-Wegen, das ist halt nichts. Aber du kannst ganz gut zeitlich dran vorbeikommen. Wenn ich das kaum am Fahrer arbeiten will, dann sollte man auf den Wagen-Wegen hergehen. Das ist nämlich hier unten schon weg. Also ich habe jetzt mal ohne Segen gehabt, mit dem Unterhandschiff. Manche hier haben sich schon an dieser Seite dann extra so einen Streifen. Da kommt man die Töne ins Sass zu schieben, quasi. Was sagt sich die rote Lante? Ja, das geht aber auch nicht. 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 Ja, das geht aber auch wirklich. Dramatis. Das ist ein Film rated Erik, Okay 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 Fast Schau! Der ist gut drauf! Ja, ist sicher! Ja, ich brauche die Ecke! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020